Skiurlaub in Zell am See, der erste Winterurlaub mit Edeltrud und der erste Skikurs, der einfach toll war und sehr viel gelernt haben wir davon. Untertitelung des ZDF, 2020 Auf der Sonnenalm wurden immer tolle Hüttenabende gefeiert. Auf der Sonnenalm Auf der Sonnenalm Auf der Sonnenalm Auf der Sonnenalm schier flitzen gegangen, da es damals noch keine Skistopper gab. Fast jeden Tag hatten wir einen Sonnentag. Fast jeden Tag hatten wir einen Sonnentag. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 auf dem See von Zell am See Untertitelung des ZDF, 2020 Besuch im Olympiadorf in Innsbruck nach der Olympiade